Heute kommen wir vermutlich zum interessantesten Teil der alternativen Investments, nämlich zum Thema Automatisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz. Warum am interessantesten? Einige wirklich sehr erfahrene und langjährig tätige Börsianer schätzen dieses Thema gerade für die Zukunft als vielleicht das interessanteste und spannendste Thema überhaupt. Es wird deswegen auch häufig als Bitcoin der Börse bezeichnet. Das nächste große Ding oder irgendwas Ähnliches in der Art und Weise. Ich denke daher wirklich auch persönlich ein sehr interessantes und spannendes Thema, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen dürfte. Auch gerade vor dem Hintergrund, wenn die Automatisierung immer weiter zusetzt, was passiert mit allen Menschen, die Arbeit suchen und was macht man mit diesen später? Gibt es ein Grundeinkommen dann oder wie auch immer? Deswegen möchte ich das Thema jetzt ein bisschen näher aufgreifen. Aber als erstes wieder der Haftungshinweis. Alles, was ich wieder darstelle, darlege und erzähle, ist meine eigene persönliche und private Meinung und hat keinen Anlage- und Investmentcharakter. Jeder kann natürlich gerne mit den Informationen machen, was er möchte. Schauen wir uns doch einfach mal an. Was ist denn künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz, auch Artificial Intelligence, Englisch Artificial Intelligence, ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenzmangel. Dennoch wird er in der Forschung und Entwicklung verwendet. Es ist so. Also ich könnte mir vorstellen und glaube auch daran, dass eben gerade so Automatisierung, Robotik und vor allem eben auch künstliche Intelligenz immer weiter Einfluss auf uns haben werden. Warum? Wenn man sich Videos anguckt von vor zehn Jahren, wo man Roboter hatte, die sich selbstständig bewegen, sah das teilweise noch sehr unbeholfen aus. Guckt man sich heute Videos an, also zehn Jahre später, dann gibt es teilweise eher schon nahezu erschreckende Videos hierzu. Nahezu menschenähnliches Verhalten von diesen Maschinen, Geräten, Robotern. Und sie stürzen auch nicht mehr um, kippen nicht mehr um, sondern sind fest auf den Beinen, können sehr schnell gehen, können selbstständig zum Beispiel Regale einräumen und, und, und. Da hat sich viel in den letzten zehn Jahren getan und ich gehe mal davon aus, in vielen Labors gibt es noch weit, weit fortgeschrittene Modelle, von denen wir gar keine Ahnung haben. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, wo Google ja sein Quantenrechnerprojekt vorgestellt hat und hier auch sehr, sehr, sehr große Fortschritte gerade im letzten Jahr noch getan hat, am Ende des letzten Jahres. Und man kann davon ausgehen, dass so ein richtiger Quantenrechner mit richtiger Anwendung nicht mehr fern ist. Das würde natürlich eine extreme Explosion der Rechenleistung bedeuten. Und was dann in Kombination mit künstlicher Intelligenz möglich ist, das kann sich jeder nur erträumen, denke ich mal, oder ausmalen in Gedanken und ist vermutlich gar nicht richtig greifbar und verständlich. Ob das ganze Thema ein Gebiet natürlich gut ist oder schlecht ist, das wird erst die Zukunft zeigen. Es gibt ja auch einige Horrorszenarien. Es gibt viele Kinofilme zu der Thematik, zum Beispiel iRobot oder eben Terminator. Kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen und eben gut für den Menschen sein. Es wird aber erst die Zukunft zeigen. Aufzuhalten und abzuwenden scheint es aktuell nicht mehr. Auch gibt es eben gerade viele Technologieunternehmen, die sich mit AI oder halt KI beschäftigen. Zum Beispiel Google. Die haben ja ein Projekt vorgestellt mit irgendeiner künstlichen Intelligenz, die sich, glaube ich, sogar selbst schon ein eigenes Kind kreiert hat. Eigentlich erschreckend, dass es schon so weit ist. Natürlich Microsoft, Facebook, Amazon, Twitter, Apple, Nvidia, IBM natürlich auch und Netflix. Das sind so die großen globalen Player, die schon in diesem Geschäft jetzt mitmischen beziehungsweise sehr viel Energie und Ressourcen in die Entwicklung stecken. Hierfür sind nämlich die Daten extrem wichtig. Also wer sich mit KI beziehungsweise AI beschäftigt, der braucht extrem viel Datenmaterial. Und gerade diese Unternehmen, die ich eben aufgezählt habe, verfügen über diese Datenmengen. Und auch deswegen haben sie natürlich ein Interesse, eben zum Beispiel Produkte schon, bevor man sie überhaupt selbst will und sucht, schon angezeigt zu bekommen. Eben indem man genau studiert, was denn der einzelne Kunde sich erhofft, erwartet und in der Vergangenheit gekauft hat oder sich betrachtet hat. Das ist auf jeden Fall ein großer Wachstumsmarkt. Das ist einfach mal klar. Frage ist, das habe ich ja gerade schon erklärt, was ist, wenn es dann immer genügend Arbeit für die Menschen im herkömmlichen Sinn gibt, weil die ganze Roboter unsere Arbeit übernimmt. Wie lebt man dann? Wie finanziert man sich dann? Kann natürlich ganz großen Wohlstand dadurch unter Umständen generieren, weil man einfach sehr viele günstige Arbeitskräfte in unbegrenzter Anzahl hätte und könnte somit unglaublich viel produzieren, sofern es nicht durch Rohstoffe oder irgendwelche anderen Faktoren begrenzt wird. Und das Thema habe ich gerade auch schon genannt. Die Kundenwünsche können einfach im Voraus schon erahnt werden. Amazon würde sowas zum Beispiel ganz gerne nutzen, kann ich mir vorstellen, beziehungsweise macht es ja heute schon. Also wer ist noch nicht auf der Amazon-Seite gesurft und hat sich gedacht, ah, das Angebot hört sich aber super an, passt zu mir, nehme ich, wenn man es angezeigt bekommen hat. Und ja, das sind, wie gesagt, die großen Player. Und ich möchte jetzt mal ein paar Unternehmen vorstellen, die eben nicht zu den ganz großen Playern vielleicht gehören, sondern eher so ein bisschen, naja, Randunternehmen kann man es nicht bezeichnen, aber die man so jetzt nicht auf Anhieb kennen würde und wissen würde, dass die in diesem System tätig sind. Und auch hier habe ich einfach wieder ein bisschen so zugeschrieben, was machen denn die Unternehmen, was gibt es denn da für Informationen dazu. Als zum Beispiel Zebra. Entwickelt, vermarktet, spezielle Drucker, PCs und alles Mögliche in dem Bereich, das wo sich eben mit AI beschäftigt. Intuitiv, weltweit führende Anbieter für minimalinvasive Roboter-assistierte Chirurgie. Growth Strike, maschinelles Lernen, um Malware zu finden, hatte großes Wachstum gerade in den letzten Jahren. So Trade Desk, automatisiertes Tool für Werbeanzeigen. Splunk, unstrukturierte Daten werden hier praktisch analysiert und aufbereitet. 5.9, Softwareanbieter, Twilo, Verbinder-KI mit Cloud-Technologie. Schreibt mir übrigens, weichen die sich gerade. Egal. Alterix, Datenaggregator, Cayenne, Sensorprodukt, Autodesk, Menschen- und Maschine-Software. Der verschmilzt praktisch der Mensch mit der Maschine und die Software verbindet es. Tank and Holding, Nachrichtendienst, soziale Netzwerke. Auch hier kann man natürlich künstliche Intelligenz sehr gut nutzen. Illumina, Gentechnik sind die tätig. Zillow, Immobiliendatenunternehmen. Adyen, Zahlungsabwickler. Ich glaube aus China müsste der sein. Ping and Healthcare, Telemedizinunternehmen. Und Stone Co. Das ist eine Zahlungsabwicklung für kleine und mittlere Unternehmen. Auch das ist natürlich interessant für solche Unternehmen. Im Prinzip war es das auch schon wieder mit der Thematik. Ich wollte hier nur mal so das Blickfeld ein bisschen eröffnen, was vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein durchaus lukrativer und interessanter Markt sein könnte. Für mich zählt das genauso wie für viele andere Experten dazu. AI und auch Robotik und das Ganze gibt natürlich noch viele andere Aktien in dem ganzen Themengebiet. Und ich habe hier einfach nur ein paar rausgepickt. Sind auch wirklich ganz große Player, beziehungsweise welche mit Riesenpotenzial. Und ich kann empfehlen, die einfach mal ein bisschen näher anzugucken. Da kann man sich vielleicht in den nächsten Jahren noch viel, viel davon erhoffen. Und natürlich würde ich mich auch hier wieder freuen, wenn im Kommentarbereich unten vielleicht weitere Unternehmen aufgeführt werden, welche, die ich natürlich auch hier in der Liste nicht erwähnt habe und die vielleicht ebenfalls großes Potenzial aufweisen. Ich bedanke mich auch hier wieder fürs Zuhören zu gucken und hoffe, denn auch dieses Video hat wieder ein bisschen geholfen. Und was dann als nächstes kommt, weiß ich noch nicht genau. Ich tippe mal, es wird dann weitergehen wieder mit den alten angefangenen Bereichen, eben ETFs, Rohstoffe und so weiter. Mal gucken, was mir so einfällt und was ich gerade als aktuell erachte. In diesem Sinne eine schöne Zeit, schöne Woche. Bis zum nächsten Video.